hallo und jetzt willkommen mal wieder zu einer kleinen halt die fresse dave gemütlichen runde mine kraft ist mine kraft ja ist meine kraft also mainz mainz ich glaube immer noch kein wort ich muss meinen eddy leiser stellen warum was hat er so laut ist so plan für heute blut alter blut blut ich weiß gar nicht ist mir das das ist glaube ich ein bisschen klein hier die 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 hier immer kui krieg jetzt aber ich hasse es manchmal was ist das redstone rudimentary snare ich muss noch ein bisschen schnären mit der kleinen mit der normalen wii komme ich echt nicht klar ich wo die große ja schon schöner etwa wenn ich die droht jetzt aber wenn ich mehrere droht habe solche rein muss ich die dann alle mit dem film verbinden meint die einzeln oder was ich habe jetzt ja das gezeigt wie dass ich das vorgestellt habe aber wenn ich jetzt davon noch solche zwei reiner brauchen die dann alle in eigenen commander sozusagen und den eigenen kommt schon die brauchen nicht unbedingt einen eigenen controller du kannst es ja auch mit den slaves machen jetzt habe ich nur das problem wo setze ich den blut alter hin denn ich habe mich ja ein wenig mit der mund beschäftigt und die braucht verdammt viel platz aber kann man das alle mit den schwimmen verbinden ist zu wenig platz kann man auch probierst doch einfach ich weiß noch nicht wie groß die reichweite von den controller ist ich muss kirschholzbäume wegholzen willst du den terraformer haben ich habe so ein terraformstab dann bekannst du einfach die ganze gegend planten aber es kostet enorm viel mana das sind nur ein paar bäumchen die ich immerhin weg bäumelien muss und brauchst du nicht die ganze erde klatschen die erde klatschen muss ich nicht wegen weil das habe ich nämlich bei meiner arena gemacht die so ein bisschen angefangen ist zu bauen ich muss gleich noch weitermachen ich muss ja keine erde klatschen ich muss bäume klatschen und alle saplings aufsammeln damit ich bloß nichts neues wächst ich habe im übrigen jetzt auch richtiges kirschblüten ding sieht so ist ja auch so eine kirschblütenpflanze gefunden also ist nicht mehr sakura wood sondern richtig setzling japanische kippenkische scheinbar mehrere warum wird das schon wieder nacht forestry und da ist natura ich hasse es bei großen bäumen wenn da irgendwo noch irgendein ast ist wo ist denn jetzt hier noch einer das ist ein anderer baum warum sagt mir das keiner hab ich doch aber du hörst mir ja nie zu ich hör dir nie zu hab ich doch das ist so in unserer Beziehung ich finde ich ein bisschen komisch was ich will hier nicht mehr sein ich brauche süß ich bin ich bin da was seid ihr ja nicht davon es kommt jetzt demnächst der neue um Dings ins Kino du weißt du Bescheid der neue fluch der karibik der muss ich gucken der kommt am 25 also in vier tagen warte mal in vier tagen da ist aber mps ich will nicht in vier tagen gucken da ist meine mpu äh ne tschuldigung hast du verkackt oder das ach der neue folgen da habe ich auch schon das mpu ich habe ja die neueste ne die vorletzte folge habe ich ja wunderschön nach deiner biene benannt ja hab ich gemerkt ich bin deine biene nein bist du nicht süß haha mega gut nein ich würde eventuell vorschlagen Anfang ne Juni nicht mal Juni wirst du uns den reinziehen ja habt ihr Bock Anfang Juni da habe ich Nacktschicht ja gut Nacktschicht Nacktschicht ja Alter 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 habe ich mich erschrocken verkackter kack Dreckskriegerskelett Dingsi tot Dingsi Kackt oder was Tittenfisch hier eigentlich Tittenfisch? Was habt ihr alle mit Titten? Ja nur weil du keine kriegst? Auch aber keine Alter ein Spirit Kann ich den klatschen den Spirit? Ne keine Oh ich hasse Kannst du nicht klatschen Erscher hat gesagt er hätte es mal irgendwie aus Versehen hingekriegt den zu töten und wurde dann verflucht Ja Ich frag mich was das mit diesen random things zu machen noch auf sich hat Warum lebt er da noch? Ich lebe immer Ich krieg mir nicht tot Ist Tomcraft bei uns mit drin? Nein Tomcraft? Was hat denn Tom? Was hat denn Tom? Was hat denn Tom? Was hat denn Tom? Ja Eddie Es geht Eddie Ich bin der hier Ich bin der hier Komm mal kurz nach draußen Nein Spät draußen Der kommt nicht raus Guck zu dir jetzt zum vor Vom Haus Das kommt her Ich muss meinen Bäume klatschen Oh Wie schade Es ist spät Was habt ihr denn gemacht? Das hätte ich dir zeigen können Das ist gehen zeigen können Warte mal da bist du Warte mal ich zeig es dir Ja Hm Komm raus da Warte 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 Verflucht Ach ist geschützt? Ja Weil Eddie kannst du mir auch so ein Ding anfertigen dass ich zwei Blöcke hoch springen kann? Hm Geil Hier nimm den Fisch jetzt ist er tot Ich hab das Gefühl das wird verdammt lange dauern mit der Mod Ja ich muss noch ein Kernkraftwerk bauen Oh mal eben so ein Kernkraftwerk hier rein Aber bitte mach Eisenwände um zu ich hab keine Lust zu sterben Ja auch nö Hm? Eisenwände Das warum muss Kann man da Eisenwände umzubauen und das reicht dann schon? Warum hab ich hier eigentlich noch zwei verkackte Truhen mit so viel Bullshit stehen? Kann man das mal jemand sagen? Das weiß ich doch nicht Bullshit ist Wir setzen mich hier die Hälfte der Kacke auf Ha ha äh Eddie hast du noch Lava? Ja Mach mal hier irgendwie so ein Lava Becken für Müll Müll? Müll Du hast doch unten wenn du E drückst auch nen Mülleim oder nicht? Ne da kannst du immer nur eine Sache ablegen Ähm Na du kannst die ganze Zeit ablegen Drück mal E Drück mal E Und schmeiß die ganze Zeit da so ne Sachen rein Dann hast du neben dem Herz links Trashcan Ah ok Ach und da kann ich jetzt Trash rein Trashen Hm und wenn du das schließt dann ist alles weg also pass auf was du da reinschmeißt Dich Mh Ghhh Ach so, Entschuldigung Ach wieso können wir sie raus von mir Ja, so Oh Gott Ich muss jetzt erstmal diesen ganzen rotzlos werden den ich wieder im Inventar hab Oh ist das wieder anstrengend Zack Knochen Naja du musst doch wenn ich den Lager umbauen Nö Hm Das hat das gemachtes Leid ne Oh ich hab nen Zombie Kopf auf Das ist auch gut Also ok Was sagst du Eddy? Das hast du selbst gemachtes Leid Das hast du selbst gemachtes Leid Ja selbst gemachtes Leid So Mega geil ey Jetzt muss ich dann kann ich Muss ich das alles nur noch in meine Haupttrue schmeißen Und sie das nicht mehr einsortieren Achja ich kann ja schon mal burnen Oh ich hab Kaktusgrün Äh ok Ach das ist Kobbel Hat noch jemand äh 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 ungedingstes Dings Ungedingstes Dings Ungedingstes Dings Was? Ja ganz genau Weißt du Bescheid Wenn du mir jetzt noch verrätst was du mit Dings meinst Ja das ist echt so Genau das Äh unbearbeiteten Kobbelston Ja Oder brennen oder kann Da hab ich noch 1639 von Ja und dann will mir den eben jemand brennen Wie gesagt ich brauch verflucht viel Cleanys Ich hab ich hab noch Cleanzeln Muss doch mal selber holen Wo ist mein Diamant? Weil ich den Lieferboten Kannst du auch den Smaragg gleich abholen Ich will grad wissen wo mein Diamant ist Mein Diamant? Irgendjemand hat mein Diamant gemopst Ja Oh ja Hoppla Eddy Nee Was denn? Hast du mir meinen Diamanten gemopst? Ich doch nicht Du olle Kackratte Du Das war ich nicht Das ist gelogen Das passiert Ich brauche gleich einen Habt ihr den noch nicht geklaut Ich hau dich um Habt ihr den noch nicht geklaut Aha Aha Du weißt doch gar nicht was du meinst Aha Du grüner Power Ranger du Guck mal wer ist das doch die ganze Zeit Wovon redest du? Du grüner Power Ranger Also ich Weiß nicht wovon du sprichst Der liegt doch immer noch an deiner Schublade Ich glaub Hier setz ich den jetzt hin Jetzt hab ich ja noch so viel Bullshit rumliegen Guck mal Hier Ey Was ist mit ihm denn los? Au Arschloch Nee pass lieber auf ja Au du hast mich grad Jetzt brenne ich wegen dir du Nutte Du olle Kackbratze Du ich hab ganz gefährliche Waffen Pass lieber auf Ja noch Bald geb ich's dir Willst du denn jetzt ein Schmaragd haben oder nicht? Ein Schmaragd? Ja kannst du mir unten in die Dings sonst klatschen Da wo du den Dier jetzt hingeknallt hast Den du mir ja überhaupt nicht geklaut hast Der war da die ganze Zeit Ich weiß nicht wovon du sprichst Keine Ahnung was du meinst Ich hab noch Basalt Basalt werde ich auch noch brauchen Oh man ich hasse das Was? Durchfall? Achso Genau das So Erde Ja Ja Warum hab ich hier Blumen? Blumen Was? Ganz ehrlich ich hab Blumen Was soll ich damit? Bergarbeiter Rucksack Förster Rucksack Förster Rucksack Sakura Plants Basalt brauche ich Die Trugen brauche ich nicht Könnte ich gebrauchen Opferdolch brauche ich auch Fackeln braucht man immer Ein Eisenschwert Ich brauch gleich noch eins So Ich wollte immer noch diese scheiß Planks wegbringen Warum? Warum? Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich sag da nicht zu Jascha Toll Jascha Auch jetzt Ich hab den Aloyed Fist Blueprint Damit kann ich Quasi auf Diamanten Level Anbauen Jetzt brauche ich ein Eisenschwert Geil Ja Hätte ich auch gerne Wird das jetzt? Passiert da was? Ach ne Passiert noch nichts Weil ich hab noch kein Tier 2 Jetzt muss ich mal nachgucken Was brauchte ich dafür? Haben wir Glowstones? Ja Gut Richtig viel Ich mach mal kurz gucken Was brauchte ich nochmal Wie Basalt hab ich denn? Blutruhne War das das was ich brauchte? Leere Tafel Leere Tafel Transzendenz? Ne Verlass nicht Jetzt bin ich grad wieder verwirrt Ich hab mir natürlich nicht aufgeschrieben wie ich das machen muss Zwei Rune und Orbs Sigil Boah Kann ich meinen Cyborg Körper noch erweitern Sigil Sigil of Holding Teleposition Sigil Transposition Sigil of the Claw Elasticity Und Winters Breath Fuck Ok Erstmal den Diamanten holen Oder ne Moment Kacki Ich brauch den Diamanten und dann brauch ich den Clean Stone Hast du schon welchen Eddy? Hm? Clean Stone ja Das liegt wie gesagt alles von bei der automatischen Schmelze Ja was weiß ich wo die ist Dann komm mal kurz her dann zeig ich dir das Ich laufe ich fliege Demonic Paper Hackbeil flüstert dir zu I'm hungry feed me Feed me Der ist grad bei dir oder was? Ja der stand grad bei mir Feed me Alter Oh deine Power Ranger Ausrüstung Wir werden ganz kurz auf Karl Kommt von mir Ich hier drin In der Kiste Oh Jo Viel Erfolg Schangeln Ich höre Zombies Oh die sind irgendwo hinter den Mauern Ich hab da aber keine Lust das auszugraben Ja der Man braucht ja auch ne gewisse Geräuschkulisse Ich hoffe dass der nicht irgendwann anfängt zu gammeln Das wär eklig Alter dieser Krater der geht mir ganz schön auf den Keks hier ne? Mhm Müssen wir ausfüllen Warte mal ich muss mal nebenbei was aufmachen Ich hab sonst Oder ich mach da nen Teich draus Warte mal dem einmal zu Geht sofort weiter mit dem Spiel Ähm Aber Meinen Auch Mäatu 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 Komm Mäatu Untertitelung des ZDF für funk, 2017